Jo liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Pokémon Opening. In den letzten Videos habt ihr schon die anderen Starter gesehen, es fehlt noch Quarks, die schauen wir sich heute an. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst euch liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, haut rein! Last but not least, Quarks ist jetzt noch an der Reihe, schauen wir sich die Box an. Hoffentlich gönnt ihr besser als die Glockelbox. Die Glockel war nicht so gut, dafür war die erste, war halt schon ein bisschen besser, aber du hast ja gesagt, Felori ist dein Lieblings Starter, die hat wahrscheinlich die Felori mehr gönnt, ich habe auch gesagt, Quarks wäre meins, deswegen hat uns das Glockel nichts gegönnt, weil wir nichts supporten, aber wie cool ist es jetzt eigentlich, ist Artig. Ja, schaut wirklich cool aus, so, das schaut schon wieder aus, nehmt. So, haben wir da gleich mal einen Pin-Code, einen Pin, keinen Pin-Code, aber das ist cool, finde ich sehr nice, wie gefällt euch das, schaut ja richtig cool aus. Der Quarks, der Quarks, der auch mit, weil die haben alle immer zwei Karten gehabt. Ja, dann haben wir Core Addons, schon wie in der Glockelbox, bauen wir glaube ich mit. Und wieder dieselben Booster, diesmal kriegst du eine gute Strahleinleitung. Oha, willst du mit Schaurige beginnen? Genau, ja, ich werde mit Schaurige beginnen. So, ja, dann haben wir da jetzt das andere Quarks-Artwerk. Er gibt High Five, auch wieder mit einem silbernen Rand, da was über die ganze Karte geht. Und dann haben wir da natürlich die anderen, Glockel und Filori. Genau, die kennen wir schon. Die kennen wir schon. Und für euch noch den Karten, geil, und den Code, den Bait. Dann packen wir die noch ein und dann gehen wir rein in die Box. Aber ich finde, das schaut am coolsten aus von mir. Ich muss sagen, das schaut wirklich am coolsten aus. Weil es einfach so, hey, 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 das. Also auch wenn ihr irgendwo die besorgen wollt, wie gesagt, müsst ihr halt schauen. Es ist halt nicht in jeder Box immer jedes Artwork gerecht. Genau, richtig, ich sehe es. Dieses Special-Artwork nur in dieser speziellen Box. Genau, das heißt, ich fange heute mit Schaurige. Oha, come on, Big Hit, in ein Alternativ, muss reinballern. Alternativ. Oha, Code ist verkehrt. Ein gestörter Vogel. Die sind Ur-Bogen. Ja, das glaubst du ja, die schon in der Produktion liegen. Die müssen das alles raus, die haben so viel Overstock von dem. Alpolo, Sofora, Seeyong, Takuma. Vorentwicklung haben wir so wohl raus, glaube ich. Frugal, Schnepke, Galamacapaya, Smogon, Schwida. Frugal ist so keine Rare. Und ein Griselia, eine Holo-Hit. Aber dann fällt mir auf. Also ist aufsinnend da. Aber wir haben auch alle drinnen gehabt. So, dann schauen wir mal in Strahlende Sterne. Vielleicht ziehen wir da noch einen fetten Banger raus. Das wäre wirklich stark. Ich hätte nichts gegen einen Glurak oder so. Ne? Okay, dann ziehe ich mal eins. Okay. Weiße Code, muss nichts heißen. Ja. Na, oh ja, weil das wissen wir. Es kann trotzdem... Es war geriffelt. Es bringt nichts. Es hat sich geriffelt angehört. Es riecht geriffelt. Vielleicht ist es eine Riffelung. Schau mal. Oder vielleicht ist es ein Griffel. Man sieht es nicht. Oder vielleicht ist es ein Griffel. Vielleicht ist es ein Griffel. So, Jagdhandschuhe. Die Jagd hat begonnen. Auf die Riffelung. Schneebuna. Schafax. Giutesto. Formio. Das ist ein Schenel. Das ist rosa. Komurat. Dann Barmelin. Die Rare. Ist ein Pixi. Und was haben wir? Hammer. Das Reverse. Ein Markbrand. Sehr geriffelt. Du hast es so geriffelt angehört. Dann gehen wir jetzt in das Silvanes Sturmwinter rein. Mit einem weißen Code. Da habt ihr ihn. So, was haben wir da? Come on, Quacks. Enttäusch uns nicht. Nein. Wirklich. Dafür, wenn wir jetzt nichts ziehen, haben wir Alternative-Lugier in der anderen drinnen. Oder Gold-Lugier. Vielleicht schauen wir. Das hätte ich dann schon dreimal. Na, Scherz. Geh, Bunke. Mitsuto. Super. Armaldo. Und dann haben wir ihn Brian. Im Leben des Brian. Der Brian. Der Brian. Ich bin der Brian. So, lasst. Pack Magic. Gönnen. Come on, die Boxen. Ich meine, man kann sie trotzdem nicht beschweren, weil wir haben ja auch mit Zenith, der Könige schon eine mega Ausbeute gehabt. Alleine die Aero-Box. Wahnsinn. Zum Short gesehen, müsst ihr mal reinschreiben. Das ist ja komplett krank. Das hat sich aber geriffelt. Das ist jetzt Quacks. So, Vista. Wir haben viele Vista schon gehabt. Ja, nur viele Vista-Marker. Und dann haben wir das. Ja. Dann Hypno. Haben wir auch. Heute noch gar nicht. Nein. Flapterix. Eigentlich nicht schlecht. Rotom. Ja, aber spielt man mit Ulbix einfach nur direkt in Entwicklung runter. Ulbix. E-Molga. Palim Palim. Dann als Rare haben wir einen Milutik. Und haben wir wirklich was. Come on. Ohohoho. Schon wieder in Rosana. Da haben wir's. Wie, was soll das? Zweimal. Sehr cool. Mit den Ego-Lippen. Na, sehr nice. Richtig, richtig cool. Na bitte wenigstens auch wieder zwei Hits gehabt in der Box. Genau. Stimmt. Quacks und Felore hat doch mehr gekommt. Garockel bei uns gar nicht. Ja. Das ist, wenn wir's nicht als Starter nehmen. Schreibt's mal in die Kommentare, wie ihr die neuen Designs von den Pokémon-Karten findet. Habt ihr sie in gelbem Rand besser gefunden oder gefällt euch das Silber nicht mehr? Würde uns interessieren. Und wenn in Zukunft unsere Videos nicht verpassen, weil ihr wisst, sie liken. Abonnieren. Die Glocke aktivieren. Haut rein. ...